Musik Sie zeigt eben all das, was man heutzutage braucht, um Fertigungen für Produktionsanlagen herzustellen. Für mich persönlich ist es eine ganz, ganz tolle Messe, weil sie wirklich alles zusammenträgt, was den Baumenschen, die Baufamilien betrifft und berührt. Musik 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 Die Hanse Pferd ist toll. Man kann super viele Fragen stellen, kriegt sie beantwortet bei den verschiedenen Ausstellern und man bekommt natürlich ein super Programm geliefert und shoppen kann man auch. Wunderful days, professional days here at SMM and to see that those things that we wanted to achieve have been achieved, that really makes me happy. This is basically the biggest show in the world. There is incredible activity happening throughout the day. It's a very efficient and effective way for us to make this customer contact. It's very important. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. Wenn Sie auf diesem Markt als Handwerksbetrieb, als Anbieter erfolgreich sein wollen, dann müssen Sie vor dem Wissen, was es gibt, Sie müssen sich dazu dann informieren. Das geht beispielsweise auf solchen Veranstaltungen wie der GapNord. Dass Sie im Bereich der Mineralien, im Bereich Schmuck und Edelsteine sich hier wirklich informieren können, aber auch kaufen können, das ist der besondere Reiz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017